Was ist die Geschichte des Altertums? Über die Befunde, die die Archäologen ausgegraben haben, Befunde zu prähistorischen Schlachten. Heute wechseln wir in die neueste Geschichte, in die Zeit des Nationalsozialismus und ich freue mich sehr, heute Abend Herrn Gerhard Paul hier begrüßen zu können, Historiker aus Flensburg, Vertreter einer historischen Bildwissenschaft, dazu sage ich gleich nochmal etwas, also einen Historiker, der sich wirklich sehr stark fokussiert auf die Untersuchung der Wirkungsweise von Bildern. Dieser Wechsel in die nähere Vergangenheit ist auch damit verbunden, dass wir heute mit Quellen zu tun haben werden, die in einer ganz anderen Weise als die Quellen, die Sie bisher gesehen haben in den Vorträgen, bisher dieses Thema Gewalt an Sie heute auch heranbringen werden. Ich sage das wirklich jetzt schon mal so vorweg, weil die Bilder, die Sie sehen werden, gleich außerordentlich brutal zum Teil sind, außerordentlich entwürdigend auch zum Teil sind, was die Opfer angeht, die dort dargestellt sind. Es ist, um es so zu formulieren, natürlich auch eine Möglichkeit der Medien des 20. Jahrhunderts, die wir in den Medien der Antike in dieser Form gar nicht hatten. Wenn Sie ein Vasenbild der griechischen oder römischen Zeit sich anschauen, ist da immer eine große Distanz zwischen Ihnen und dem Dargestellten, auch wenn es noch so brutal ist, bei den Fotografien, die Sie heute sehen werden, ist das nicht der Fall. Ich warne Sie insofern etwas vor, ich glaube, ich hatte das auch mit Herrn Paul so kurz besprochen, dass er das ähnlich auch sagen würde. Gerhard Paul ist, wie gesagt, Historiker, studierte Sozialwissenschaften und Geschichte an den Universitäten Bonn, Frankfurt und Hannover und promovierte in Kassel zum Dr. Rhea Poll, das heißt also in den Politikwissenschaften und war Dozent dann eben entsprechend auch hier an der FU Berlin bis 1994 am Otto-Sur-Institut, also dem berühmten Institut der Politikwissenschaften hier an der Freien Universität und habilitierte sich hier 1990 auch an diesem Institut. Er ist dann seit 1994 bis zu seiner Emeritierung 2016 an der Universität Flensburg tätig gewesen als Professor für Geschichte und ihre Didaktik und arbeitete immer wieder an Projekten und an Publikationen zum Thema Nationalsozialismus, unter anderem in einem Projekt die Gestapo und die Deutsche Gesellschaft, das auch hier an der Freien Universität Berlin mitlief. Eine große Anzahl von Veröffentlichungen gibt es zum Nationalsozialismus, insbesondere eben immer wieder zum Alltag der Gewalt auch und der Diktatur, unter anderem zur Rolle der Gestapo, zur Frage, wer waren eigentlich die Täter, die Gewalttäter dieser Zeit und war auch beschäftigt mit einem Forschungsprojekt zum Beispiel zur Sozialgeschichte des Terrors, also immer wieder dieses Thema Gewalt in der Zeit der NS-Diktatur. Mehrfachpublikationen, gibt es auch Publikationen zum Thema Krieg, die uns also jetzt auch ganz dicht wieder an unsere Vortragsreihe heranführen, unter anderem Bilder des Krieges, Krieg der Bilder, die Visualisierung des modernen Krieges von 2004, der Bilderkrieg, Inszenierungen, Bilder und Perspektiven der Operation irakische Freiheit, also wieder ganz stark jetzt auch in die Gegenwart hinein von 2005 und ein Aufsatz beispielhaft jetzt nur, die Geschichte hinter dem Foto, Authentizität, Ikonisierung und Überschreibung eines Bildes aus dem Vietnamkrieg in den zeithistorischen Forschungen von 2005. Immer wieder geht es also, Gerhard Paul, um Bilder, um die Wirkungsmacht von Bildern, es ist die Forschungsrichtung der sogenannten Visual History, es geht darum, die Geschichtlichkeit von Bildern, also Bilder nicht nur als reine dokumentarische Quellen zu sehen, sondern sie auch als Teile des geschichtlichen Prozesses zu sehen, als wirkungsmächtige Bestandteile und die Frage zu stellen, wie sie eigentlich funktionieren, wie sie Menschen beeinflussen, wie sie Empfindungen schaffen, wie sie Meinungen beeinflussen und welche Rolle sie in historischen Entwicklungen eben auch quasi als Aktive, als Akteure spielen, welche Gewalt von ihnen ausgeht und letzten Endes auch die Frage, wie Historiker heute mit Bildern umgehen, also das auch Fragen, die heute im Vortrag zur Sprache kommen werden. Zu diesem Thema vielleicht, das nochmal so als Möglichkeit, das zu vertiefen, wenn Sie da Interesse haben, hat Gerhard Paul auch ein Studienbuch herausgegeben zu Visual History und es gibt, vermute ich auch als eine Art Zusammenfassung dieses Studienbuches, diesen Beitrag bei Docopedia, also auch online frei verfügbar, da können Sie also ganz rasch auch dieses Thema, dieses große Themengebiet sich zu Gemüte fühlen in einem Beitrag, den Gerhard Paul dort veröffentlicht hat. Das finden Sie, wenn Sie über Google gehen, ganz schnell auch Visual History und seinen Namen dazu einzugeben. Jetzt ganz kurz, bevor ich übergebe, noch zwei, drei technische Anmerkungen. Ich habe hier nochmal eine Liste ausgelegt, wenn Interesse besteht, bei Ihnen sich zu informieren über weitere Veranstaltungen, die wir machen in diesem oder in den nächsten Semestern. Tragen Sie sich dort bitte ein, wenn Sie das nicht schon getan haben und ohnehin meine E-Mails immer mal wieder bekommen zu diesem Thema. Wir haben auch nochmal diesen Prospekt hier ausgelegt, diesen Flyer von der Veranstaltung, den können Sie sich gerne mitnehmen. Und ansonsten wünsche ich Ihnen jetzt nicht viel Vergnügen, das wäre jetzt wirklich das falsche Wort, aber ich denke, wir werden jetzt mit großem Interesse lauschen heute Abend und die Bilder uns anschauen, die Gerhard Paul uns präsentiert. Danke sehr. Ja, besten Dank für die ausführliche Einführung. Eine Korrektur. Emeritierung gibt es nicht mehr. Eine bekannte Partei mit 16, 17 Prozent hat das vor einigen Jahren abgeschafft. Man hat gesehen, dass das aber Schwachsinn ist, Leute wie uns mit 65, 66 nach Hause zu schicken. Deshalb hat man jetzt die Senior-Professur wieder eingeführt. Also ich bin Senior-Professor mit allen Rechten und Pflichten eines Hochschullehrers, aber offiziell bin ich Pensionär. Sie haben völlig zu Recht darauf hingewiesen, ich zeige Ihnen jetzt einige schockierende Bilder, aber Sie haben auch gesagt, ich habe mich mit den Bildern des Irakkrieges befasst und ich verfolge die Kriegsberichterstattung bis in die Gegenwart hinein. Und dagegen sind diese Bilder, die schockierend für sich genug sind, die wir jetzt sehen, fast noch gemütliche Bilder. Was in den Kriegen der Gegenwart, im Irakkrieg und im syrischen Krieg fotografiert wird an Gewalt, auch an pornografischer Gewalt, das haben selbst die Nazis nicht zustande gebracht. Und die neue Qualität ist, dass jeder von ihnen sich diese Bilder auf seinem Tablet, auf seinem Notebook zu Hause auch anschauen kann. Sie haben zu Recht darauf hingewiesen, und ich werde es auch nochmal tun, es sind auch hier einige sehr schockierende Bilder dabei. Ich habe diese Fotografien jetzt nicht gepixelt, weil wir ein kleiner Zuschauerkreis sind. Bei größeren Publikationen werden wir aber, beziehungsweise haben wir auch diese Bilder in der Vergangenheit gepixelt. Es sind Bilder, auf die er plötzlich trifft, genauso wie Sie jetzt gleich auf diese Bilder treffen werden, wenn man in Akten kramt. Ich habe sehr viel in der zentralen Stelle der Landesjustizverwaltung in Ludwigsburg gearbeitet, also die Behörde, die die gesamten Ermittlungsakten gegen NS-Täter zusammenführt. Und da stoßen Sie plötzlich, wenn Sie eine Akte durchsuchen, durchlesen, auf Umschläge, wo Sie Bilder wie diese, zum Teil noch schlimmere Bilder, sehen können. Dasselbe passiert aber auch in Archiven oder in Agenturarchiven, wie dem Bildarchiv Preußischer Kulturbesitz, aus dem die meisten Bilder sind, die ich Ihnen jetzt zeigen werde. Und ich möchte Ihnen demonstrieren, wie wir als Zeithistoriker heute mit diesen Bildern umgehen, wobei ich sagen muss, die Bilder der sexualisierten Gewalt sind immer noch ein großes Tabu. Da wagt sich keiner so recht heran. Man muss sagen, der Erste Weltkrieg ist der erste Krieg, der überhaupt fotografisch in nennenswerte Maße festgehalten worden ist. Auch von den Akteuren selbst, also von den einfachen Soldaten, bereits mit vergleichsweise Kleinkameras. Es ist der erste Krieg, der gefilmt wurde, auch für die Wochenschau. Es gibt nur wenige Kampfhandlungen, dazu war die Apparatur noch viel zu schwerfällig. Der Zweite Weltkrieg hat das insofern verändert, als die Soldaten selbst mit kleinen Super-8-Kameras ausgestattet, beziehungsweise mit Fotoapparaten ausgestattet, ins Feld gezogen sind. Daneben gibt es die professionelle Kriegsberichterstattung der Propagandakompanien der deutschen Wehrmacht, sodass der Zweite Weltkrieg eigentlich der erste große Krieg ist, der aus unterschiedlichster Perspektive mit den unterschiedlichsten Medien fotografisch, filmisch festgehalten worden ist. Es hat so viele Bilder gegeben, ich zeige Ihnen jetzt nur Bilder von einem Pogrom. Im Grunde ist jedes Pogrom, insbesondere in der Kriegsanfangsphase, im Krieg gegen die Sowjetunion, fotografisch und filmisch festgehalten worden. Es gibt Filme von den Erschießungen in Libau an der Ostseeküste von Amateurfotografen, die kein Pogrom, sondern Massenerschießungen praktisch aus der zweiten Reihe zwischen den Soldaten heraus fotografieren. Auch die Probleme, die ich jetzt schildern werde, die gibt es bei diesen Filmen ganz ähnlich. Und ich werde Ihnen, auch das ist vielleicht provozierend, Bilder aus einem Krieg zeigen, zu dem ich sagen möchte, ich habe, der ich Politikwissenschaft und Geschichte studiert habe, ich habe eine lange Zeit einen Tunnelblick auf die Geschichte gehabt, wie viele meiner Generationen. Ich bin wirklich davon ausgegangen, die deutsche Wehrmacht hat Polen und anschließend die Sowjetunion überfallen und dieser Überfall ist dort natürlich auf heroischen Widerstand gestoßen, dass es Kollaboration gegeben hat, Kollaboration bis in diesen Bereich der sexualisierten Gewalt. Das ist mir damals, das habe ich mir nicht vorstellen können. Das heißt, die Bilder, die Sie jetzt sehen, das sind im Grunde Gemengelagen, wo deutsche Soldaten daneben gestanden haben und gefilmt haben, fotografiert haben, wie ukrainische Nationalisten ihre jüdischen Nachbarn aus den Häusern gezerrt haben, durch die Straßen gejagt und erschlagen haben. Vielleicht auch deshalb ist es ein großes Thema oder ein großes Tabuthema, weil die Täter lassen sich dabei nicht mehr ganz so einfach bestimmen, wie das im Schulgeschichtsbuch noch der 80er und 90er Jahre der Fall war. Ich möchte mit diesem Foto beginnen. Und was Sie hier rechts sehen, das ist das, was die Bildagentur preußischer Kulturbesitz zu diesem Bild anmerkt. Das finden Sie, wenn Sie den Papierabzug sehen, beziehungsweise, nein, auf dem Papierabzug finden Sie noch mehr, auf dem Papierabzug finden Sie auf der Rückseite immer auch Stempel von Zeitungen oder Zeitschriften, wo ein solches Bild veröffentlicht wurde. Das ist der digitale, wenn Sie wollen, das digitale Bild, das im Netz steht, das Sie als Nutzer jederzeit, wenn Sie sich beim Bildarchiv preußischer Kulturbesitz einloggen, das Bild wird Ihnen angeboten zur Veröffentlichung. Das sind die Informationen, die Sie haben. Ich will Ihnen gleich sagen, was da alles dran falsch ist. Praktisch jedes Bild bei der Bildagentur ist verkürzt, hat andere Kontexte, was dazu führt, dass diese Bilder, wir sprechen heute von Migrationen, dass die Bilder frei flottieren um den Erdball im Internet und ihren Kontext verlieren, in ganz andere Kontexte eingebettet werden. Das hängt also auch mit diesen unzureichenden Bildlegenden zusammen. Also das sehen Sie. Sie sehen nicht beim digitalen Angebot praktisch die Rückseite des analogen Abzuges mit den Hinweisen, wo veröffentlicht, wer eventuell veröffentlicht hat etc. Diese Schwarz-Weiß-Fotografie zeigt in Naheinstellung ein Mädchen im Jugendalter, es sitzt im Rindstein einer Straße, die Kleider sind ungeordnet. Die Augen fixieren den Fotografen. Mit ausgestrecktem rechten Arm und geöffneter Hand, die etwas oberhalb des Bildmittelpunktes situiert ist, flägt es den Fotografen hinter der Apparatur geradezu an. Es baut also eine Beziehung zu ihm auf. Der Mund des Mädchens ist weit geöffnet. Damit verfügt das Bild zusätzlich über eine, wir nennen es synästhetische Dimension, es spricht also dem Betrachter an. Die Körperhaltung des Mädchens ist die einer typischen Gebärdefigur, deren gesamter Körper dem Betrachter seine Verzweiflung mitteilt. Eine ältere Frau steht dem Mädchen bei, zieht ihr den heruntergerissenen Schlüpfer wieder hoch und scheint es zu beruhigen. Umringt sind beide von Passanten, von denen allerdings nur Beine und Schuhwerk zu sehen sind. Der Bildaufbau der Fotografie ist leicht asymmetrisch. Das eigentliche Bildgeschehen ist in der oberen Bildhälfte angesiedelt. Was vorgefallen ist, was mit dem Mädchen geschehen ist, lässt die Fotografie nicht erkennen. Viele werden denken, es ist ein Opfer einer Vergewaltigung gewesen. Das sagt uns die Fotografie aber nicht. Wie überhaupt dieses berühmte Zitat, das ja auf Tucholsky zurückgeht, ein Bild eben nicht unbedingt mehr sagt als tausend Wort. Ein Bild sagt erstmal überhaupt nichts. Und dieses Bild sagt auch nichts. Gerade deshalb können ihm die verschiedenen Legenden zugeordnet werden. Die Untersuchung der Geschichte, der Entstehung dieser Fotografie sowie die ihrer Verwendung sind in mehrfacher Hinsicht interessant. Zunächst lenkt sie den Blick, ich sagte schon, auf einen von der Zeitgeschichtsforschung im Allgemeinen und der Holocaustforschung im Besonderen bislang immer stark tabuisierten Bereich, den der sexualisierten Gewalt im Schatten und in Verbindung mit der Gewalt des Krieges. Bei dieser Form der Gewalt geht es nicht primär um Sexualität, das auch, sondern um die Ausübung von Macht auf Seiten der Täter, um Erniedrigung, Demütigung und Zerstörung mit Hilfe von Sexualität. Zum Zweiten vermittelt uns eine bildhistoriografische Analyse Hinweise zum Charakter und zur Funktion von Bildern im Zeitalter der Extreme, wie dies der große Historiker Eric Hobsbawne formuliert hat. Und schließlich wird deutlich, dass es zu kurz greift, Bilder nur als passive Spiegelung eines historischen Ereignisses zu betrachten, wie dies in der Geschichtswissenschaft, in der Publizistik, im Ausstellungs- und Museumswesen vielfach noch immer üblich ist. Bilder sind eben auch Medien, die Geschichte prägen und sie sind nicht nur Quellen von Geschichte, wie sie vermutlich in allen, wenn überhaupt, im Schulbuch erschienen sind. Die Bilder der Gewalt, die Überlieferung Unser Ausgangsfoto ist Teil einer 17-teiligen Fotoserie im Bildarchiv preußischer Kulturbesitz mit den Bildnummern 3001-0088 bis 3001-01-07. Zugeordnet ist es dem Themenbereich W2-20a, Geschichte, Schrägstrich Weltkrieg 2, Schrägstrich Polen, Schrägstrich Generalkouvernement, Schrägstrich Judenverfolgung, Schrägstrich Ghetto, Schrägstrich Pogrome, Schrägstrich Allgemein. Das wird so aufgefächert, um, wenn Sie als Redakteur, als Bildredakteur ein Bild suchen, nach diesen Begriffen suchen können. Zum Aufnahmedatum und Ort wird angegeben, denken Sie an das erste Bild, Juli 1941, Lemberg-Low. Woher die Serie stammt und wer sie produziert oder zusammengestellt hat, ob sie gegebenenfalls von mehreren Fotografen stammt, bleibt offen. Zur Herkunft geben die Fotografien auf ihrer Rückseite, auf der Rückseite, nicht das, was wir jetzt gesehen haben, lediglich an, Zitat, Quelle Wien VVN, VVN Vereinigung der Verfolgung des Naziregimes. Eine Organisation, die es indes in Wien nie gegeben hat. Also auch schon der Herkunftennachweis ist falsch. VVN Wien hat es nicht gegeben, von ihr können diese Bilder also nicht kommen. Wie gesagt, das ist ein großes Problem, wenn wir noch nicht einmal wissen, wo diese Bilder tatsächlich herkommen, wie die Überlieferung aussieht. Und die Agenturen sind nicht in der Lage, die konkreten Informationen zu liefern. Das sind die Bildagenturen, die müssen Geld produzieren. Das sind Agenturen, die Geld machen sollen. Und eine Bildagentur ist heute im Grunde so etwas, wenn man eine solche Agentur besitzt, wie die Lizenz zum Gelddrucken. Wissen Sie übrigens, wer die größte Bildagentur der Welt ist? Wer ihr Bildgedächtnis bestimmt, das tagtäglich durch die Zeitungen, durch die Zeitschriften wabert? Bis vor einiger Zeit waren das zwei große amerikanische Bildagenturen, Corbis und Getty. Corbis, eine Bildagentur von Bill Gates, mit der er unendlich viel Geld gemacht hat. Getty von dem Millionen- oder Milliarden-Erbe Paul Getty. Seit drei Jahren sind diese beiden, das ist der Akkumulationsprozess des Kapitals, das habe ich am USI gelernt, so heißt das, die beiden Agenturen sind zusammengezogen zur Agentur Wurzul China. Die größte Bildagentur der Welt sitzt heute in China und 90% der historischen Bilder vergangener historischer Ereignisse, die Sie sehen, stammen aus China. Also eine Diktatur wie China, die Volksrepublik China, entscheidet mit über das Bildgedächtnis der westlichen Welt. Nur, das sollten Sie sich mal klar machen. Das ist komischerweise fast vollständig vorbei an uns Nutzern in den vergangenen Jahren gegangen. Die FAZ hat einen kleinen Artikel darüber mal veröffentlicht und ich glaube, der Spiegel, das ist es gewesen. Aber es ist uns überhaupt nicht klar. Ich weiß, ich schweife jetzt ab, aber es ist wichtig, weil wir im Augenblick noch im Prozess des Übergangs vom analogen zum digitalen Bild sind. Die meisten historischen Bilder liegen analog vor, als Papierabzüge. Damit sie aber verwertbar werden und einem größeren Kreis müssen sie digitalisiert werden. Und im Prozess der Digitalisierung der Bilder werden auch Bilder verändert. Das ist also eine riesige, ja man kann sagen, bewusste Manipulation von Bildern, die im Augenblick stattfindet, wo Kontraste verschärft werden, wo Schwarz-Weiß-Fotos koloriert werden, nachkoloriert werden. Also im Ersten Weltkrieg können Sie bei Wuschel China heute in Farbe einkaufen. Das ist überhaupt kein Problem, das macht Ihnen ein Computer mit einem Programm in Sekundenschnelle. Aber es werden auch Bilder beschnitten, es werden Bilder, Personen eingefügt und ausgefügt, was man bislang immer nur gesagt hat, das ist einem Stalinismus in der DDR gang und gäbe gewesen. Nein, es gibt es heute noch. Und wir verfügen letztendlich gar nicht über das Wissen, über die Fähigkeiten, im Grunde diese Veränderung noch nachzuvollziehen. Bei digitalen Veränderungen am Bild, da sehen Sie nicht mehr die Schnitte. Das haben Sie, ich war eben in der Gedenkstätte Hohenschönhausen in der großen Stalin-Ausstellung, da sehen Sie noch, dass da mit der Schere gearbeitet wurde und dass da mit dem Retuschierpinsel, das sehen Sie nicht mehr. Das war mir ein Anliegen zu sagen. Mehrfach bilden sich in diesem Fundus zwei bis drei Motive im Rahmen einer Miniserie ab. Vornehmlich handelt es sich um nah- und halbnahaufnahmen praktizierter sexualisierter Gewalt gegen Frauen und auch gegen Männer. Das wird oft übersehen im öffentlichen Raum. Auf dem Ausgangsbild der Serie sind drei Wehrmachtsoldaten mit acht Millimeter Schmalfilmkameras zu sehen, die leicht erhöht, positioniert vermutlich auf der Ladefläche eines Militärfahrzeuges ein Geschehen beobachten, das sich unterhalb unmittelbar vor ihnen abspielt. Während zwei Soldaten das Geschehen filmen, widmet sich ein dritter seiner Kamera. Wahrscheinlich zieht er sie auf. Man muss ja die Apparatur früher leicht aufziehen. Im Hintergrund der Aufnahme sind mehrere Passanten zu sehen, links unten, die in dieselbe Richtung wie die Fotografen blicken. Anders als vermutet handelt es sich bei den Soldaten um keine professionellen PK, also Propagandakompanie-Filmberichter, da diese mit größeren 16 mm beziehungsweise 35 mm Kameras arbeiten. Das waren dann solche Oschis. Die arbeiten also mit diesen kleinen Apparaten. Das sind Schmalfilmer gewesen. Das zweite Bild der Serie zeigt einen blutüberströmten nackten Mann. Ihm folgt das Bild einer entkleideten, auf dem Asphalt liegenden Frau in angstvoller Abwehrhaltung. Die Frau ist umringt von einer Gruppe von Männern. Bei den beiden nächsten Aufnahmen handelt es sich um Fotografien einer ebenfalls entkleideten Frau im Kreis jüngerer Männer, die die Frauen beschimpfen und an ihr herumziehen. Auch die beiden nächsten Fotografien gehören zusammen. Sie zeigen ebenfalls, wir haben es schon gesehen, in Naheinstellung eine junge nackte Frau im Kreise ihrer Peiniger. Auf dem einen Bild ist ein Handgemenge abgelichtet, bei dem sich die Frau eine Attacke zu erwehren sucht. Auf dem zweiten sitzt diese auf einem Bordstein zu Füßen ihrer Peiniger. Die beiden nächsten Aufnahmen zeigen eine nackte Frau im Ganzkörperprofil, die sich auf einer Straße von links nach rechts bewegt und dabei versucht, sich wieder zu bekleiden. Nur mit Mieder und Strümpfen bekleidet ist auf einer weiteren Fotografie eine fliehende Frau zu sehen, zu der parallel ein Junge mit einem Prügel in der rechten Hand läuft. Hinter der Frau, hier schwerer zu sehen, ist zum Teil verdeckt ein weiterer, etwas älterer Jugendlicher erkennbar. Beide scheinen die völlig panische, wild gestikulierende Frau, die aus der Nase blutet, vor sich herzutreiben. Ein weiteres Foto zeigt in Nahaufnahme eine auf dem Boden liegende Frau inmitten einer Menschenmenge, die direkt in das Objektiv des Fotografen blickt. Von den sie umringenden Menschen sind nur Beine, Arme und Hände zu sehen. Es folgt eine Aufnahme von zwei jungen Männern, die eine halb bekleidete Frau dem Fotografen präsentieren und dieser vermutlich im nächsten Augenblick den Pullover vom Körper reißen werden. Auf einem weiteren Bild ist nur schemenhaft im Kreis von Männern, deren Gesichter abgeschnitten sind, ein zusammengeschlagener Mensch auf dem Boden zu sehen. Ob es sich um einen Mann oder eine Frau handelt, ist nicht erkennbar. Eine jüngere Frau in einem mit Blut bespritzten weißen Kleid scheint der Person helfen zu wollen. Den Abschluss der Serie bildet die Aufnahme eines Sammelplatzes, auf dem Personen in Wehrmachtsuniformen sowie männliche und weibliche Zivilpersonen zu erkennen sind. Das ist die Serie. Hier nochmal zusammengefügt, wie sie bei dem Bildarchiv preußischer Kulturbesitz zu sehen ist. Die Bildnummern sind allerdings umgekehrt zu sehen. Das, was Sie jetzt hier sehen, ist die Reihenfolge beim Bildarchiv preußischer Kulturbesitz. Man muss die Reihenfolge umdrehen, dann ergibt sich ein Narrativ. Im Unterschied zu anderen Fotografien des Geschehens und einer Schmalfilmsequenz sind bei den Aufnahmen mit Ausnahme der drei filmten Soldaten zu Beginn und Uniformträger gegen Ende der Serie keine uniformierten Personen zu sehen, sondern ausschließlich nicht uniformierte Akteure sowie gaffende Passanten. Täter und Opfer erscheinen zumeist gleichzeitig im Bild. Auf einem Bild ist dem Fotografen vermutlich unbeabsichtigt eine Frau ins Bild geraten, die ersetzt erscheint angesichts der vor sich vor ihr sich abspielenden Sehnen. Vom Gesamteindruck her handelt es sich bei den Bildern der Serie um keine konventionellen Gruppenfotos, wie man sie aus privaten Knipsealgen des Holocaust kennt, sondern um gestochen scharfe Reportagefotos mitten aus einem Verfolgungsgeschehen heraus, zum Teil aus nah, zum Teil aus halbnah Einstellung. Auch das verstärkt den Charakter eines, den Eindruck eines professionellen Charakters. Ich sagte schon, in der umgekehrten Folge der Nummerierung lässt die Serie, als ob sie für eine Publikation in einer illustrierten Zeitschrift geplant gewesen sei, ein Narrativ erkennen. Am Anfang stehen also unten die drei Schmalfilme, es folgen die Aufnahmen der gedemütigten und zum Teil entkleideten Opfer im Kreise der zivilen Täter beziehungsweise Aufnahmen der Menschenjagd. Am Ende steht unvermittelt die Aufnahme von einem Sammelplatz. Die gesamte Serie lässt ein Gewaltgeschehen erkennen, von dem uns die Bildlegenden sagen, es handelt, es habe sich in Lemberg zu Beginn des deutschen Überfalls auf die Sowjetunion zugetragen, somit als von außen beobachteter populärer Zorn, populärer Akt des Volkszorns, einheimischer Kräfte. Erst am Ende scheinen Soldaten einzugreifen. Die dem Pogrom folgenden Erschießung von Juden durch Angehörige der Einsatzkommandos 5, 6 und der Einsatzgruppe C sollten entsprechende Anweisungen von dem Chef des Reichssicherheitshauptamtes, Reinhard Heidrich, Übergriffe auf Juden als Selbstreinigungsbestrebung Antikommunistischer und Antijüdischer Kreise in den zu besetzenden Gebieten erscheinen lassen. Das muss man wissen. Also es gibt die Vorgabe, die Judenverfolgung als praktisch ein Akt der Selbstreinigung erscheinen zu lassen. So sollte es dann auch in den deutschen Publikationen an der Heimatfront gehandhabt werden. Auffällig an den Aufnahmen ist hier sexualisierter Charakter, was diese von den meisten Aufnahmen von Krieg und Holocaust unterscheidet. Sieht man einmal von den Bildern gedemütigter, halbnackter und nackter Frauen von Massenexekutionen, etwa in Libau im Dezember 1941 und jetzt warne ich Sie, oder den Aufnahmen eines deutschen Soldaten aus den Vorräumen der Gaskammern von Auschwitz ab. Also auch in den Vorräumen von Auschwitz ist fotografiert worden von deutschen Soldaten. Die haben zum Teil richtig viel Geld an ihre Kameraden gezahlt, um dort fotografieren zu können. Vor allem die Aufnahmen der sexualisierten Gewalt der Serie des Bildarchivs preußischer Kulturbesitz sind es, die Sharon Müller vom US Holocaust Memorial Museum veranlasst haben, diese als basically pornographic zu bezeichnen. Sie sind, wie andere gesagt haben, die schlimmsten Bilder des Holocaust. Nein, es gibt noch deutlich schlimmere. Es ist, wie gesagt, ich will nicht Ihre Fantasie beanspruchen, aber es ist bis in den Eingang der Gaskammern fotografiert worden und dafür ist gezahlt worden, obwohl es offiziell untersagt war. Es gab so viele deutsche Soldaten mit Schmalfilmkameras, mit kleinen Fotoapparaten, das ließ sich letztendlich gar nicht mehr kontrollieren und das ist heute genauso. Also letztendlich nicht sehr viel anders. Zur Besonderheit der Serie aus dem Bildarchiv preußischer Kulturbesitz gehört es, dass sie über denselben historischen Referenzpunkt verfügt, wie ein 1945 von US-Einheiten in der Nähe von Dachau aufgefundene 8-Millimeter-Film, der ebenfalls dem Lemberger-Pogrom zugeordnet wird und den ich Ihnen ganz kurz zeigen werde. Also es ist auch Schmalfilmer haben dort gedreht. Gucken wir mal. Da sehen Sie die Fotografen. Gucken wir mal. Ich erspare Ihnen den Rest dieses Filmes. Alleine bei der Wehrmachtsausstellung des Hamburger Instituts für Sozialforschung 1995 in Kiel sind 80 dieser Schmalfilmsequenzen den Ausstellungsmachern zur Verfügung gestellt worden. nur in Kiel 80. Also das ist ein Massenphänomen gewesen, nicht nur zu fotografieren, sondern bereits auch mit Schmalfilmkameras zu arbeiten. Auch dies ist offiziell untersagt gewesen, hat aber im Alltag des Krieges gab es letztendlich keine Chance, dieses Verbot durchzusetzen. Auf, dass Sie sich bei einem der drei filmten, Wehrmachtsoldaten, erinnern Sie sich vielleicht des Ausgangsbildes der BBK-Serie, um den Produzenten dieses Filmstreifenhandels, kann nach der Analyse des Films als gesichert angenommen werden. Also die drei, die da auf dem Lastwagen stehen, der eine wechselt gerade seinen Film, es müssen also einer von den beiden anderen sein. Der tonlose 8-Millimeter-Film ist das 90 Sekunden lange, zum Teil beschädigte Fragment eines vermutlich längeren Streifens. Zur Überlieferungsgeschichte, er ist der Sowjetarmee, der Soldat, in die Hände gefallen und damit also auch dieser Filmstreifen und ist über Moskau dann zurück nach Deutschland gekommen. Der Film, diese Sequenz, die Sie gesehen haben, verfügt über insgesamt 78 kurze Einstellungen, die in einer Entfernung von etwa 6 Metern zu dem Geschehen aufgenommen worden sind. Wie auch dem Foto ist der Kamerastandpunkt auch hier leicht erhöht und widmet sich der Kameramann Menschen, die aus einem Toreingang kommen beziehungsweise gezerrt werden. Das können wir genau lokalisieren, wo dies auch war. Also Sie können davon ausgehen, dass es einer dieser beiden Kameramann, eine der beiden Soldaten gewesen, die am Ende dieser Serie auf dem, auf einem Wagen stehen. Zu Beginn zeigt das Filmfragment mehrere Männer, die verletzt auf einem von Flugzetteln übersäten Platz liegen. Ein älterer Mann mit Bart stützt sich, während er in die Kamera schaut, mit seinem linken Unterarm auf dem Asphalt ab. Ob es sich bei ihm, wie zum Teil behauptet, um den später erschossenen Rebbe-Benzion-Halber-Stream handelt, muss offen bleiben. Eine Ähnlichkeit ist indes erkennbar. In zumeist haltnahen Einstellungen zeigt der Film dann, wie mehrere nackte und halb entkleidete Männer und Frauen aus einem Gebäudeeingang auf eine Straße getrieben werden, darunter ein nackter, blutüberströmter Mann mittleren Alters, sowie ein zweiter, jüngerer, ebenfalls total entkleideter Mann, auf den im nächsten Augenblick eine Person mit einem Knüppel einprügelt. Weitere Szenen zeigen, wie auf dem Platz vor einer Toreinfahrt ein Zivilist mit einer Stange von hinten zweimal auf eine entkleidete Frau einschlägt, wie ein Mann an den Arm und eine Frau an den Haaren über das Straßenpflaster geschleift werden und Wehrmachtsoldaten inmitten des Geschehens mit ihren Fotoapparaten auf Motivsuche sind. Abschließend bewegt sich die Kamera in einem 3, das habe ich jetzt nicht gezeigt, in einem 360 Grad Schwenk über die Straße vor dem Gebäude, wo mehrere leblose Körper liegen und Passanten, darunter etliche Frauen, das Geschehen zum Teil belustigt verfolgen. Filme dieser Art gibt es, wie gesagt, in Kiel sind allein 89 den Ausstellungsmachern übergeben worden. Es sind tausende von Filmen, die in dieser Weise von diesem Pogrom gemacht worden sind. Es ist das bis dato am stärksten auch filmisch festgehaltene Pogrom der Geschichte. Mindestens zwei Personen der Fotoserie finden sich auch in dem 8mm-Film wieder, das ist dieser nackte, blutüberströmte Mann mittleren Alters, sowie jene ebenfalls fast völlig entkleidete, nur noch mit dunklen Strümpfen bekleidete, vermutlich von einer Gruppe von Männern umringte etwas korpulentere Frau, auf die jemand mit einer Stange einschlägt. Die unbegleitete Frau entfernt sich von dem Geschehen, hinter ihr ist ein Wehrmachtsoldat zu erkennen. Film und Fotosequenz bezeugen sich damit gegenseitig und verweisen auf denselben Ort und denselben Zeitpunkt des abgelichteten Geschehens. Tatort, Täter und Taten. Ein Vergleich der Fotografien und Standbilder von Straßenzügen und einzelnen Häuserfronten mit Aufnahmen aus dem heutigen Lüff-Lemberg identifiziert der Stadt in der Westukraine zweifelsfrei als Platz des Geschehens. Eine Stadt mit einer äußerst bewegten, wechselvollen Geschichte und ein ethnisch-politischer Krisenherd erster Ordnung, in der Polen, Juden, Ukrainer neben und oft genug auch gegeneinander lebten. Bis 1918 war Lemberg eine der größten Garnisonen der österreichisch-ungarischen Monarchie gewesen und dann an Polen gefallen. Infolge der sowjetischen Besetzung Ostpolens 1939 wurde die Stadt dann in die ukrainische Sowjetrepublik eingegliedert. Mit dem Überfall der Wehrmacht auf die Sowjetunion geriet Lemberg dann bis 1944 als Teil des Generalgouvernements in deutscher Hand. Muss man berücksichtigen, dieses ständige Hin und Her. Die Holocaust-Forschung ist sich darin einig, dass die Juden Galiciens unmittelbar nach dem deutschen Einmarsch im Juni 1941 von einer Pogromwelle erfasst wurden, wie sie seit den Tagen des russischen Bürgerkriegs nicht mehr gegeben hatte. Darf man nicht vergessen. Auch da gab es Pogrome brutaler Art, die indes vom Ausmaß nicht mit dem zu vergleichen sind, was sich dann 1941 ereignete. Einer der größten Pogrome fand, wie gesagt, in Lemberg statt. Diesem ging die Liquidierung von Hunderten, das ist wichtig, von ukrainischen und polnischen Gefangenen in den örtlichen Gefängnissen durch die sowjetische Geheimpolizei NKWD voraus. Dem Pogrom folgte dann die systematische Ermordung der polnischen Intelligenz, sowie der jüdischen Bevölkerung, die der Kollaboration mit der Sowjetmacht bezichtigt wurde, durch deutsche Einsatzkommandos. Also ein sehr verworrenes Geschehen, das ist ja auch, vielleicht erinnern sich einige Ältere von Ihnen, das hat auch dazu geführt, dass unter den Bildern der Wehrmachtsausstellung, der ersten Wehrmachtsausstellung, Bilder waren, die falsch zugeordnet waren, weil man nicht genau diese unterschiedlichen Phasen des Pogromgeschehens hat auseinanderhalten können. Nach derzeitigem Forschungsstand gliederte sich das Geschehen in drei Phasen, denen unterschiedliche Täter und Opfergruppen entsprachen. In das Massaker der sowjetischen NKWD vom 25. und 26. Juni 1941, in das antijüdische Pogrom ukrainischer Nationalisten vom 30. Juni und dem 1. Juli 1941, das sind die Bilder, die wir eben gesehen haben, und dann in das systematische Morden durch die deutschen Einsatzkommandos ab dem 2. Juli 1941. Das wird heute im populären Bewusstsein alles zusammengemengt. Und entweder wird das alles den ukrainischen Nationalisten oder es wird allen, der der Sowjet macht, oder es wird alles den deutschen Einsatzgruppen und der Wehrmacht zugeschoben. Aber man muss diese drei Phasen unterscheiden, auch zeitlich unterscheiden. Bei dem, was wir gesehen haben, stehen die deutschen Wehrmachtsoldaten und SS-Leute praktisch daneben und haben die Rolle eines aktiven Zuschauers. Das ist das Werk ukrainischer Nationalisten, das wir hier gesehen haben. Was die Fotoserie nicht abbildet, das deutet nur, das letzte, in der Reihung vom Bildarchiv preußischer Kulturbesitz, das erste Bild an, ist dann die Erschießung durch die Einsatzkommandos der deutschen, nicht der deutschen Wehrmacht, durch die Einsatzkommandos der Sicherheitspolizei und der SS. Die Ereignisse, die Sie also in dieser Bildserie des Bildarchivs preußischer Kulturbesitz abbilden, betreffen die zweite Phase des Gewaltexzesses, das antijüdische Pogrom. Nachdem die Wehrmacht in Lemberg eingerückt war und vermutlich zwischen zweieinhalb und dreieinhalb tausend vom sowjetischen NKWD liquidierte, zum Teil bestialisch zugerichtete Häftlinge in den örtlichen Gefängnissen aufgefunden und publikumswirksam der Öffentlichkeit, wie hier im Völkischen Beobachter, als Beleg des propagierten asiatischen Untermenschentums präsentiert hatte, entlud sich der durch Plakat und Flugblätter der deutschen Besatzer und eines ukrainischen nationalen Komitees angefachte Zorn an den örtlichen Juden. Unter Zwang und öffentlicher Beobachtung hatten diese zunächst die Toten in den Gefängnissen zu bergen und zu bestatten. Vor den drei NKWD-Gefängnissen kam es dabei zu größeren Menschenansammlungen und nachfolgend auch zu Gewaltexzessen mit Todesfolge. Nach gegenwärtigen Kenntnisstand wurden zwischen 7.000 und 8.000 Juden in den Gefängnissen und auf den Straßen vor den Gefängnissen ermordet, von ihren eigenen Nachbarn, von ukrainischen Nationalisten. Die Deutschen stehen nur daneben, teilweise sehen sie aber auch, wie die Soldaten mit ihren Kameras durch die Reihen der Opfer und der Täter gehen und fotografische Aufnahmen machen. Orte des Pogroms waren vornehmlich die von Juden bewohnten Wohnbezirke, die Zitadelle, die Plätze vor dem Rathaus und vor der Oper sowie die Straßen unmittelbar vor den Haftstädten. Vor allem bei den NKWD-Gefängnissen handelte und handelte es sich um heute bis heute emotional hoch aufgeladene Erinnerungsorte. Eines der Gefängnisse wurde bis 1944 von der Gestapo genutzt, bis 1953 dann wieder vom sowjetischen NKWD. Heute beherbergt es eine Gedenkstätte für die Opfer politischer Repression mit den Namen der vom NKWD ermordeten. Ob auf dem Abschlussfoto der BWK-Serie tatsächlich der Sammelplatz der festgenommenen Juden auf einem Sportplatz in der Nähe des jüdischen Friedhofs abgebildet ist, lässt sich nicht zweifelsfrei belegen, darf aber aus dem Kontext heraus angenommen werden. Durch ein Abgleich mit aktuellen und historischen Häuserfotografien lassen sich einige Aufnahmen der BWK-Serie und des 8mm-Films konkret und präzise lokalisieren. Im Bildhintergrund der drei Schmalfilm-Amateure handelt es sich um dieses Wohnhaus direkt gegenüber der Toreinfahrt des NKWD-Gefängnisses. Da müssen Sie heute gar nicht mehr nach Lemberg fahren, das können Sie zu Hause am Computer mit Google Earth bzw. mit Straßenaufnahmen eindeutig identifizieren. Die drei Schmalfilm-Amateure fokussieren mit ihren Kameras somit unmittelbar auf ein Geschehen, das sich in bzw. vor der Einfahrt des vom NKWD fluchtartig verlassenen Gefängnisses am 1. Juli 1941 abspielte, nachdem die Rote Armee und die NKWD die Stadt verlassen hatten. Bildkomposition, Schärfe und Einstellung sowie das in sich geschlossene Narrativ der Bildanordnung der BWK-Serie, ebenso wie ein Vergleich mit Aufnahmen eines sogenannten Knipse-Albums aus der Gedenkstätte Yad Vashem in Jerusalem zum Seltengeschehen, deuten auf einen professionellen Fotografen vermutlich einer Propaganda-Einheit, einer PK-Einheit hin. Allerdings ist dieser Mann bis heute unbekannt geblieben. Mindestens vier Gruppen von PK-Angehörigen, die die Leichenfunde und das nachfolgende Pogrom filmten, hielten sich in Lemberg auf. Bildberichter der unter anderem bei der 1. Gebirgsjägerdivision eingesetzten PK 680, der in Potsdam aufgestellten zur Heeresgruppe Süd zählenden Panzer-PK 691 und der 1939 in Münster aufgestellten, zunächst am Westwall eingesetzten PK 666. Bei der vierten Gruppe handelt es sich um PK-Filmkameramänner, entweder der Wehrmacht oder der SS. Wir wissen heute, dass der Überfall auf die Sowjetunion auch ein gigantischer Medienevent war, der alleine von 58 Filmkamerateams, stellen Sie sich das vor, 58 Filmkamerateams der deutschen Wochenschau, und Filmkamerateams heißt nicht eine Person, sondern es war eine ganze Gruppe, so wie von Hunderten von Fotografen begleitet und festgehalten wurde. Kein Krieg bis dato ist derart medial festgehalten worden wie dieser Zweite Weltkrieg. Also allein 58 Filmkamerateams haben diesen Überfall begleitet. Darüber hinaus banden Dutzende von Knipsern und Schmalfilmern aus den Reihen von Wehrmacht, Polizei und SS die öffentliche Leichenschau der vom NKWD ermordeten und die anschließenden Demütigungen und Menschenjagden des Judenpogroms von Lemberg auf Zelluloid. Am 2. Juli besichtigten so etwa die Kommandeure der 1. Gebirgsdivision unter Führung von General Lanz die ausgelegten Leichen. Dem Kriegstagebuch der 4. Abteilung des Gebirgsartillerie-Regiments 79 sind Aufnahmen von der Besichtigung beigefügt. Das finden Sie dann, wenn Sie sich so ein Akte wälzen, dann plötzlich im Umschlag liegen diese Bilder bei. Andere Soldaten suchten gleich mehrere Gefängnisse auf, so auch ein namentlich nicht bekannter Soldat, der seine Aufnahmen in ein Fotoalbum einklebte und auf der Rückseite mit kurzen schriftlichen Erläuterungen versah. Seine Bilder zeigen Lemberger Bürger beim Identifizieren der Leichen, festgenommene Juden beim Bergen der Toten und examinierte Opfer außerhalb der Stadt. Dass sich einige seiner Fotos identisch auch in anderen Bildserien finden, kann begründet vermutet werden, dass die Soldaten ihre Aufnahmen mehrfach den Produzierten aushängten und untereinander austauschten. Das ist also ein richtiger Handel mit Bildern gewesen. In den zur Schaustellung und der Bergung der NKWD-Leichen nachfolgenden Menschenjagden verwandelten sich Fotoapparat und Schmalfilmkamera von dokumentarischen beziehungsweise propagandistischen Medien zu unmittelbaren Waffen. Die Soldaten befanden sich in einem regelrechten Bilderrausch. Sie haben es auch so beschrieben. Rosa Wagner, eine der wenigen, das Massaker überlebenden jüdischen Frauen aus Lemberg, berichtete 1945 über ihre Erfahrung. Sie war von Jugendlichen gegen Mittag des 30. Juni aus ihrer Wohnung auf die Straße zu anderen Frauen gezerrt worden. Noch Jahre später, erinnert sie sich, hatten Überlebende das Klicken der Kameras in den Ohren. Also das Klicken der Kameras wirklich als dramatische Erfahrung. Nachdem sie die NKWD-Opfer identifiziert hatten, gingen Soldaten, ob PK-Profis oder einfache Lanzer, auf Jagd nach den schaurigsten Motiven. Vor allem der leidende und malträtierte Körper und die sexualisierte Gewalt lockten geradezu magisch an. Das war damals nicht anders als in allen Kriegen der Gegenwart. Machen Sie sich da nichts vor. Juden machen Vorplatz sauber. Lemberg, 1. Juli 1941, lautete die rückseitige Bildlegende auf einem 6x6 cm großen Foto eines unbekannten Soldaten, das dieser in einem Album mit anderen Fotografien zu einer Bildstrecke kompilierte. Vermutlich ist kein Pogrom bis dato so umfassend und aus unterschiedlichen Perspektiven festgehalten worden, wie das Lemberger Judenpogrom nach dem deutschen Einmarsch Ende Juni 1941. Wobei ich bin mir da heute noch nicht mal mehr sicher, ob das tatsächlich so zu halten ist, ob es nicht beim Einmarsch in Baltikum schon etwas früher ähnliche Geschehen gab. Als Täter rücken die Aufnahmen neben Angehörigen der ukrainischen, mit hellen Armbänden identifizierbaren Milizen, Mildmitte, vor allem Männer mittleren und jüngeren Alters, Arbeiter, oft mit Mütze bekleidet, selten ältere Männer mit Krawatte und Trenchcoat ins Bild, die sich zum Teil mit Lacken und Eisenstangen bewaffnet haben. Wie im polnischen Jetwabne und im litauischen Kaunas kamen die Täter auch hier immer aus der Nachbarschaft. Antisemitismus und Antikommunismus waren in Lemberg indes auch in den besitzenden und gebildeten Schichten der Stadt vorhanden, weshalb die Aufnahmen daher vermutlich auch Mitglieder dieser Schichten abbilden. Auffällig an einigen Bildern ist, dass auf ihnen zudem Kinder und Jugendliche mit Latten zu erkennen sind, die sich an der Jagd auf jüdische Frauen beteiligen. Da das Pogrom als öffentlicher Kollektivakt inszeniert war, finden sich zahlreiche Zuschauer auf den Aufnahmen, die das Geschehen vom Straßenrand aus beobachten, darunter einige zum Teil besser gekleidete Frauen in hellen Sommerkleidern, auf den Film auch Frauen in bäuerlicher Kleidung. Auf mehreren Fotografien und in einer Filmsequenz geraten, Sie haben es gesehen, einige uniformierte Wehrmachtsangehörige mit Foto- und Filmkamera ins Bild, die das Pogrom mitten aus dem Geschehen heraus aufnehmen. Lediglich auf einer Aufnahme ist eine Frau zu sehen, der der Schrecken über das Geschehen förmlich ins Gesicht geschrieben steht und die sich durch Gestik und Mimik vom Geschehen zu distanzieren scheint. Anders als die Aufnahmen aus dem Baltikum, bildet der Gesamtkorpus, der von den Ereignissen in Lemberg überlieferten Bilder, verschiedene Formen öffentlich-archaischer Gewalt ab. Öffentliche Demütigung, physische Gewaltausübung, Form sexualisierter öffentlicher Gewalt. Ob die hier zur Schau gestellten Frauen zuvor vergewaltigt worden sind, wie mitunter behauptet wurde, lassen diese Bilder indes nicht erkennen. Dafür gibt es bildmäßig keine Belege. Nur in den Berichten, in den Zeugenberichten, in den Vernehmungsprotokollen von Zeugen des Geschehens. Die sprechen auch von Vergewaltigung. Auf den Bildern finden wir dies nicht. Das sagt nicht, dass die nicht fotografiert sind. Es sagt nur, dass diese nicht überliefert sind. Dazu muss man sagen, da komme ich jetzt nicht drauf, auf die Überlieferungsgeschichte dieser Bilder. Diese Bilder, die wir hier gesehen haben, waren selbst Goebbels zu brutal. Sie sind nicht im Völkischen Beobachter oder im Stürmer erschienen. Befinden sich also, wie gesagt, heute unpubliziert, weitestgehend unpubliziert, im Bildarchiv preußischer Kulturbesitz. Bilder als Gewalt. Fotografien und Filme als Tathandel. Bei der Lemberger Menschenjagd geriet der Akt des Fotografierens und Films selbst zum Bestandteil der sexualisierten Gewalt. Wie die vorliegenden Aufnahmen zeigen, greift es daher zu kurz, Fotografien nur, wie Historiker, die es lange getan haben, nur als passive Quellen zu betrachten. Und sicherlich ist es auch nicht ausreichend, Fotografieren und Filmen als eine Form der Nichtbeteiligung zu deuten. Vielmehr bin ich der Auffassung mit anderen, dass die Tätigkeit des Fotografierens und Films eine eigenständige Form der Gewalt darstellt, die selbst Gegenstand der Analyse zu sein hätte. Die US-amerikanische Essayistin Susan Sontag hat allgemein den Gebrauch einer Kamera als eine Form der Teilhabe bezeichnet. Der Akt des Fotografierens sei mehr als nur passives Beobachten. Ähnlich dem sexuellen Jurismus sei eine Form der Zustimmung des manchmal, so schreibt sie, schweigenden, häufig aber deutlich geäußerten Einverständnisses damit, dass alles, was gerade geschieht, weiter geschehen soll. Fotografieren bedeutet an den Dingen, wie sie seien, interessiert zu sein, daran, dass ihr Status quo unverändert bleibe, bis man die Aufnahme im Kasten habe. Weiter Zitat, es bedeutet, im Komplott mit allen zu sein, was ein Objekt interessant fotografierenswert macht und, auch wenn, das gerade von Interesse ist mit dem Leid und dem Unglück eines anderen Menschen. Dem Akt des Fotografierens, so pointiert, schreibt sie Hafte damit etwas Räuberisches an. Menschen fotografieren bedeutet daher, diesen Menschen Gewalt anzutun, indem man sie so sieht, wie sie sich selbst niemals sehen, indem man etwas von ihnen erfährt, was sie selbst nie erfahren. Es verwandelt Menschen in Objekte, die man symbolisch besitzen kann. Wie die Kamera eine Sublimierung des Gewehres sei, so sei auch das Fotografieren eines anderen oder ohne dessen ausdrücklicher Zustimmung ein sublimierter Mord. Anknüpfend an Susan Sonntag hat die amerikanische Bildhistoriker Sybil Milton die Kamera als Waffe im Holocaust bezeichnet. Die schützenden Einsatzgruppen und die Fotografen seien zudem oft ein und dieselbe Person gewesen. Einmal wird fotografiert, einmal wird geschossen, dann wieder umgekehrt. Sie schreibt, Ihr sadistischer Voyeurismus führte zu krassesten Verletzungen der Privatsphäre der Opfer. Selbst die persönlichsten Momente des Todes und Sterbens wurden nicht mehr respektiert. Zitat Ende. Bezogen auf die Fotoamateure des Zweiten Weltkrieges haben daher Dieter Reifert und Viktoria Schmidt-Linsenhoff im Kontext der Wehrmachtsausstellung den Akt des Fotografierens als eine, Zitat, zusätzliche in der Form verfeinerte Verhöhnung der Opfer gewertet. Die zahllosen Fotografien, die deutsche Wehrmachtssoldaten von ihrem Feldzug geknipst haben, so auch mein Kollege Michael Wild von der Humboldt-Universität, dokumentieren daher nicht bloß Wirklichkeit. Er schreibt, Die Aufnahmen positionieren zugleich die fotografierenden Akteure in dem Geschehen jedem Selbstbeschreibung und Selbstverständnis der Soldaten zu erkennen und führen zu Fragen nach deren Wahrnehmungsweisen und Präsentation ihrer Selbst und ihrer Handlung nach Einwilligung, Beteiligung oder Distanz. Auch die Fotografien und Filme aus Lemberg dokumentieren nicht nur passiv ein Geschehen. Hinter ihren Apparaturen versteckt schauten Fotografen und Kameramänner nicht einfach nur zu. Vielmehr griffen sie in die Situation ein, die sie subjektiv vielleicht tatsächlich nur zu dokumentieren gedachten. Durch ihr Handeln veränderten, ja generierten sie erst das, was sie objektiv zu dokumentieren vorgaben. Auch dies macht die Bildserie aus Lemberg deutlich. Das kennen sie aber aus vielen anderen Kriegen. Erinnern sie sich an den Vietnamkrieg, an diese Fotografie des Vietkong-Soldaten, der von dem Polizeichef aus Saigon auf offener Straße erschossen wird, was nur vermutlich, begründet vermutlich passierte, weil Fotografen und Kameraleute zur Stelle waren. Die Fotografien und Filmsequenzen müssen so als Ergebnisse eines arbeitsteiligen Gewaltakts begriffen werden, an dem die physischen Direkttäter und die Fotografen gleichermaßen beteiligt waren. Kameramänner und Fotografierte gingen dabei eine wechselseitige Interaktion ein. Dies gilt für die Akteure ebenso wie für die Opfer. So fleht das Mädchen unseres Ausgangsbildes den Fotografen geradezu an. Es baut also eine direkte Beziehung zu ihm auf. Die Abgeordneten fliehen zudem, so immer auch vor der Kamera, konnten sich deren Blicken aber nicht entziehen. Ihre Flucht blieb letztlich erfolglos, da der Schuss der Kamera immer schneller war als die Fliehenden selbst. Auch die Täter gingen eine Interaktion mit den Fotografen beziehungsweise Kameraleuten ein, indem sie diesen, die gedemütigten und die nackten Opfer wie Trophäen präsentierten und sich dabei auch selbst ins Bild drängten beziehungsweise für den Fotografen positionierten. Die Akteure inszenierten und prügelten nicht nur vor, sondern auch für die Kamera. In Vietnam hieß das for camera only, dieses Bild aus Saigon, was Sie sicher alle in Ihren Köpfen haben. Sie stellten sich mit ihren erbeuteten Trophäen den entkleideten Frauen für die Kameraleute in Positur. Die Tätergesten der Erniedrigung und Unterwerfung fanden ihre Fortsetzung daher im Akt des Fotografierens beziehungsweise Films. Die Fotografen beziehungsweise Kameramänner umgekehrt wiederum stellten Beziehungen zu den Tätern her, indem sie diese zu ihrem Handeln motivierten und die Opfer so nah wie möglich heranholten mit ihrem Zoom, ihn im wahrsten Sinne des Wortes auf den Leib rückten. Auch die Professionalität und Schärfe unseres Ausgangsbildes mit der gesamten Serie signalisiert, dass dieses keine zufälligen Schnappschüsse waren, sondern es sich um einen geplanten und durchkomponierten Akt handelte. Anders als auf vielen Knipser-Fotos gelang es dem PK-Profi von Demberg, die Fliehenden bildmittig, wie auf diesem Bild, und in scharfer Haltnaheinstellung zu fixieren. Das ist bei einem Knipser, bei einem Amateur kaum zu erwarten. Solche Interaktionen sind auf der BBK sehr deutlich intensiver ausgeprägt, als in dem Acht-Millimeter-Film, auf dem die Gedemütigten, Entkleideten und Fliehenden in ihrer Angst die Kameramänner gar nicht wahrzunehmen schienen. Mit ihren Bildfindungen kamen die Fotografen und Kameramänner von Lemberg zugleich eine Deutung des Geschehens vor, indem sie den antisemitischen Gewaltakt als populären öffentlichen Akt mit Zuschauern in Szene setzten, der indes so spontan gar nicht war. Dazu muss man wissen, dass Goebbels eine Anweisung gegeben hatte, solche Übergriffe als Akte des Volkszorns zu inszenieren, um zu zeigen, dass die Opfer auch in ihren eigenen Gesellschaften, also die jüdischen Opfer auch in ihren eigenen Gesellschaften isoliert waren. Fotografen und Kameramänner machten die Verfolgten auf der Ebene der visuellen Realität damit ein zweites Mal zu opfern. Durch ihre doppelte Eigenschaft, eine Situation festzuhalten und technisch zu reproduzieren und zugleich ein Speichermedium der visuellen Erinnerung zu sein, fixierten Fotografie und Film den Gewaltakt im historischen Gedächtnis. Sie verlängerten damit den Opferstatus der Abgelichteten auf Ewigkeit. Lawrence Douglas, ein Filnhistoriker, hat den Lemberger 8-Millimeter-Film daher zu Recht als Active Document of Violence qualifiziert. Dieser Begriff bezeichnet meines Erachtens am genausten die Qualität der Bilder und die Filmsequenzen von Ende Juni, Anfang Juli 1951 aus der Westukraine. Diese waren nämlich keineswegs nur passive Abbildungen, gleichsam von außen produzierte Dokumentation des Geschehens. Sie griff viel mehr tief in das Geschehen ein. Sie verstärkten damit bereits zeitgenössisch die Tat, indem sie die auf der Straße bedrängten Gewaltopfer zusätzlich demütigten, diese im wahrsten Sinne des Wortes bloß und das Pogrom im Bild auf Dauer stellten. Die Fotografen und Kameramänner waren so nicht einfach nur Voyeure eines sexualisierten Gewaltaktes, sondern Akteure, deren Anwesenheit die Täter motivierte und die mit ihren Fotooperaten und Kameras selbst Gewalt ausüben. Denken Sie immer an Vietnam, Polizeipräsident Viet Cong in Saigon. Die Bilder gehörten also konstitutiv zur Tat, das Bild war Teil der Tat. Zu meinem letzten Abschnitt, Gewalt an Bildern, Bildlegenden, im wahrsten Sinne des Wortes. Die Publikationsgeschichte der stehenden, wieder laufenden Bilder der Menschenjagd von Lemberg kann als Beleg dafür betrachtet werden, wie Bildern schließlich selbst Gewalt angetan wurde und diese für unterschiedliche Zwecke funktionalisiert wurden, ohne dass es irgendetwas noch mit dem Geschehen zu tun haben musste. Wir sprechen hier von der Migrationsgeschichte der Bilder. Wie Migranten ziehen diese Bilder um den Erdball und sind letztlich nicht mehr zu stoppen. Von den in Lemberg gemachten Fotografien und Filmen gelangten zeitgenössisch vor allem die Aufnahmen aus den sowjetischen NKWD-Gefängnissen sowie einige wenig bereinigte Szenen von den Gewaltexzessen vor den Gefängnissen gegen die jüdische Bevölkerung gleichsam als begründete Racheaktion der Lemberger Bevölkerung im Rahmen der antibolschewistischen Propagandakampagne der Nationalsozialisten zur Veröffentlichung. Wie diese beiden Aufnahmen von Hoffmann-Mitarbeitern die heute bei Ullstein gehandelt werden. Sie finden sie in zeitgenössischen Bildberichten des Völkischen Beobachters der Berliner Illustrierten Zeitung der Zeitschriften das Reich und Signal sowie in mehreren Filmberichten der Deutschen Wochenschau. Das sind im Grunde die Bilder Realbilder eines Geschehens die bis dahin den propagierten Antibolschewismus der Nationalsozialisten im Bild begründeten und legitimierten. Das hatte man eigentlich immer schon gesagt. Das sind die asiatischen Untermenschen und dafür fand man jetzt die Bilder in diesen Gefängnissen. Deshalb sind insbesondere diese Bilder veröffentlicht worden. Dass die Bilder der sexualisierten Menschenjagden in den Straßen Lembergs zeitgenössisch unveröffentlicht blieben, mag daran gelegen haben, dass sie selbst Goebbels für offenkundig zu sexuell gewalttätig hielt und der Ansicht war, diese gefährdeten der Volksgemeinschaft. Also die Bilder sind nicht publiziert worden. Sie müssen immer daran denken, da sind junge Männer, Söhne, da sind Ehemänner, junge Ehemänner im Krieg, die Frauen befürchteten natürlich genau, dass solches geschehe. Und wenn das jetzt im Bild festgehalten an der Heimatfront publiziert wurde, da nahm man an, das würde größere Auswirkungen auf den Zusammenhalt der Volksgemeinschaft haben. Nach 1945 fungierten die Fotografien der Serie und der 8mm Filmstreifen von den Vorgängen vor dem NKWD-Gefängnis als Beweismittel in den Dornberger Kriegsverbrecher Prozessen. Aber achten Sie darauf, was daraus wurde. Gemäß der zeitgenössischen Auffassung, wonach Fotografien und Filme für sich selbst als Beweis sprechen, also Bilder sprechen, legten der sowjetische und der amerikanische Anklagevertreter visuelle Belege für von Deutschen in Lemberg begangene Verbrechen vor, so am 13. Dezember 1945 das Beweisstück US 280, bei dem es sich um den vermeintlich von einem SS-Mann stammten originaldeutschen 8mm-Film über die Gräuel gegen Juden handelte, so wurde er dort angekündigt. Nachdem die Anwesenden den Film gesehen hatten, rief James Donovan als Vertreter der Vereinigten Staaten zuständig für das fotografische Beweismaterial 13 Szenen nochmals auf, vor allem solche, die SS-Männer oder Männer in Wehrmachtsuniformen sowie nackte und halbnackte Menschen zeigten. Also diese kleinen Ausschnitte dazwischen, wo man die deutschen Soldaten ins Bild rückten, die wurden nochmal angehalten, herausgestellt, um zu belegen, dass es Opfer eines von Deutschen begangenen Pogroms sei. Zwar hätte man, so der US-Anklager Vertreter William B. Walsh, nicht zweifelsfrei klären können, wo der Film entstanden sei, Zitat, wir glauben dennoch, dass dies unwesentlich ist. Der von den Deutschen selbst aufgenommene Film bildete einen unableugbaren Beweis für die fast unglaubliche Brutalität gegen Juden, die sich im Gewahrsam der Nazis einschließlich militärischer Verbände befanden. Die Anklagevertretung glaubt, dass diese Szene die Vernichtung eines Ghettos durch Gestapo-Beamte unter Mithilfe von militärischen Einheiten darstellt. Zitat Ende. Wie das weitere Beweismaterial der Anklage zeigen werde, habe sich die in dem Filmstreifen dargestellte Szene Zitat wahrscheinlich tausendmal überall in Europa während der Nazischreckensherrschaft wiederholt. Zitat Ende. Also den Charakter, dass es die Mittelfase dieses Pogroms war, der den ukrainischen Nationalisten anzulasten ist, das rückt überhaupt nicht in den Blickfeld. Erinnern Sie sich, Sie sind ja alle etwas mit ganz wenigen Ausnahmen etwas älter und haben wahrscheinlich die Wehrmachtsausstellung gesehen, Mitte der 90er Jahre, die dann zurückgenommen werden musste, weil einige Bilder falsch zugeordnet sind. Das hängt genau damit zusammen, dass man diese verschiedenen Phasen nicht auseinandergehalten hat. Dass also Bilder, wo man annahm, dass seien Bilder Opfer deutscher Verbände tatsächlich Opfer sowjetischer Einheiten, Polizeieinheiten beziehungsweise des Geheimdienstes NKWD waren. Das Gespür, diese Interaktion, das besaß man damals nicht. Diese Political Correctness, die unsere Hirne teilweise blind machte, die hat dazu geführt, dass von diesen Tausenden von Bildern sieben nachweislich falsch zugeordnet und kontextualisiert waren. Wenn man allerdings, ich übertreibe jetzt mal, wenn man diese Standards, die man damals an die Wehrmachtsausstellung gestellt hat, die Kollegen, die diese Ausstellung erstellt haben, haben nicht willentlich und bewusst getäuscht. Sie haben eine falsche Vorstellung dieser Interaktion in ihren Köpfen gehabt, das war ihnen nicht klar. Wenn man aber diese strengen Maßstäbe an diese Ausstellung stellt, die ja dann zurückgezogen wurde und ein zweites Mal völlig neu konzipiert wurde, dann müsste man heute jedes Schulbuch in Deutschland einstampfen. Weil ich kann Ihnen in jedem Schulbuch 10, 15, 20 Bilder zeigen, die falsch kontextualisiert werden, weil man zum Teil unkritisch die Bildlegenden der älteren Schulbücher oder die Bildlegenden der Agenturen praktisch unkritisch übernimmt. Also wenn Lehrer unter Ihnen sind, seien Sie da absolut kritisch gegenüber, was Bildagenturen betrifft, was Abbildung in Schulbüchern betrifft. Da will keiner bewusst täuschen, das ist teilweise Unkenntnis, teilweise ist es Schlamperei. Nach 1945 fungierten die Einbettung des vorgeführten Filmstreifens in den Kontext der Untersuchung der Judenverfolgung durch Gestapo und Wehrmacht, hatte diesem in Nürnberg eine Deutung verpasst, die sich nicht zwangsläufig aus den Bildern selbst ergab. Also die Bilder selbst wurden noch nicht analysiert, die Bilder wurden als Beleg für ein Ressentiment, das man hatte, für ein im Wahrsinn des Wortes Vorurteil genutzt. Dass es sich um ein Pogrom vornehmlich ukrainischer Nationalisten handelte, blieb unberücksichtigt. Welch starken Eindruck die verwackelten und dunklen Szenen, die Sie eben gesehen hatten, des Filmes auf zeitgenössische Beobachter machten, belegt die Tatsache, dass dieser noch mehr als einige Jahrzehnte später in dem von Joe Heidegger und Johannes Leib herausgegebenen Band über die Nürnberger Prozesse Erwähnung findet. Heidegger und Leib hatten 1945 als Zeitungs- und Rundfunkreporter der Vorführung im Gerichtssaal beigebaut. Abschließend fiel der Amateurfilm dem Vergessen anheim. Erst im Jahre 2000 tauchten einzelne Szenen im ersten mit dem Titel Menschenjagd bezeichneten Teil der ZDF-Dokumentation Holocaust mit K von Guido Knopp wieder auf. Nachdem zunächst über den Einmarsch der deutschen Wehrmacht in Lemberg und die Leichenfunde in den NKWD-Gefängnissen berichtet wird, zeigt der Film dann ohne jede weitere Kommentierung einen 40-Sekunden-langen Ausschnitt aus dem 8-Millimeter-Streifen von 1941, auf dem insbesondere die Dakten bzw. am Boden liegenden Opfer zu sehen sind. Woher der Film stammt, wer für ihn verantwortlich zeichnete, vor allem welche Funktion er besaß, blieb der Fantasie des Zuschauers überlassen. Das ist eine gängige Praxis von Filmleuten bis heute. Heute ist der Filmstreifen zum Teil völlig unkommentiert unter verschiedenen Titeln bei YouTube abrufbar. Hier haben Sie noch Glück, da steht Nazi-Pogrom, von dem wir ja wissen, so einfach ist es nicht gewesen, in Lemberg. Es gibt noch ganz andere Beschreibungen, wo diese Szenen aufgenommen worden sind. Also bei YouTube auf diese Bildlegenden können Sie sich absolut nicht mehr berufen. Also Bildarchive, Bildagenturen muss man schon höchst kritisch sein. YouTube als Historiker können Sie de facto nicht verwenden, weil dort nur Ressentiments, banale Einschätzungen publiziert werden. Vermutlich war es genau diese Filmsequenz, die Jonathan Littel in seinem unstrittenen Roman Die Wohlgesinnten von 2006 literarisch wieder zum Sprechen trachte, als in aller Genauigkeit das Lemberger Pogrom aus der Sicht seines Protagonisten Max Aue, einem promovierten Juristen, der aus ideologischer Überzeugung der SS beigetreten, dort Obersturmbahnführer und Mitglied einer Einsatzgruppe in der Ukraine geworden war, beschreiben ließ. In einer Kirche wurde diese Augenzeuge eines Vorfalls in dem Roman als eine, ich zitiere, etwas fette Frau, fast nackt, mit zerrissenen Strümpfen, schreiend, hinter der Kirche hervorgestürmt kam, gefolgt von zwei kräftigen Kerlen mit Armbinden, die auf die auf den Boden stürzende Frau einschlugen. Sie kennen diese Aufnahme. Das heißt, auch der Roman von 2006 verarbeitet diese Bilder und fügt sie wiederum in ein eigenes Narrativ ein. Nicht jedoch die bereits in Nürnberg vorgeführte Bildsequenz, sondern einzelne Aufnahmen der BBK-Serie avancierten zu historischen Schlüsselbildern des Geschehens mit geradezu ikonischem Status. Die Aufnahme des Mädchens im Rindstein sowie das Bild der von den beiden jungen vor sich hergetriebenen halbnackten Frau. Zunächst druckte 1960 Gerhard Schönberger in seiner legendären Bilddokumentation Der gelbe Stern zur Judenverfolgung in Europa zwei Aufnahmen aus der Serie ab. Das Bild des Mädchens im Rindstein, das Hilfesuchen seiner Hand in Richtung des Fotografen streckt, sowie das Bild der jungen nackten Frau mit ihren Händen die beiden Brüste verbergen. Schönbergers Umgang mit den Fotografien entsprach der sorglosen Publikationspraxis der Zeit. Beide Fotos wurden stark beschnitten, wodurch die Täter und Gaffer unsichtbar blieben und nur das Opfer sichtbar war. So haben wir den Holocaust auch damals analysiert. Wir haben die Gaffer im Grunde ausgeblendet, die Zuschauer, die zur Tat aber dazugehörten. Das ist erst durch Raul Hilberg dann in den Sechziger und insbesondere in den Siebziger Jahren deutlich geworden. Das erste Bild ordnete er richtig den Geschehen in Lemberg zu, das zweite Bild hier unten rechts schreibt er fälschlicherweise einem Pogrom in Libau im Baltikum zu. Das war damals noch relativ schwer, die genaue Herkunft zu ermitteln. Das bei allem Negativen, was das Internet hat, dass diese Bilder flottieren um den Erdball. Das Gute ist auch, dass Sie heute diese Bilder natürlich sehr viel genauer lokalisieren und kontextualisieren können. Das war einem Historiker wie Gerhard Schönberger Ende der 50er, Anfang der 60er Jahre noch gar nicht möglich. In Hans Süberbergs Film Hitler, ein Film aus Deutschland aus dem Jahr 1977, spielt die Fotografie der ihre Brüste verbergenden Frau zu Füßen ihrer ukrainischen Peiniger eine prominente Rolle. Süberberg führt die Aufnahme zunächst in einer kurzen Einstellung des ersten Teils ein, in dem die junge Frau als Verkörperung des weiblichen Opfers des Nationalsozialismus schlechthin vorgestellt wird. Also jeder macht aus diesen Bildern sein eigenes Ding. In zwei längeren Sequenzen des dritten Teils Titel Das Ende eines Wintermärchens greift er das Bild wieder auf. Er verwendet es nun im Großformat und lässt Reichsführer SS Himmler aus der Mitte der Peiniger heraustreten. Vor dem projizierten Bild der nackten Frau rezitiert dieser die berühmten Sätze seiner Posner Rede von 1943, in der er darüber resoniert, was es heißt, Juden umzubringen und dennoch anständig geblieben zu sein, beziehungsweise lauscht dem Text eines Berichtes der Einsatzgruppe A über Judenerschießung. Auch hier vertritt die Frau aus Lemberg das Opfer schlechthin, das den Betrachter während der eingespielten Rede beziehungsweise des Textes starr fixiert, diesen zur Empathie auffordert und damit das gesprochene Wort auf der visuellen Ebene konterkariert. Der genaue Kontext des Bildes war auch Süberberg noch nicht bekannt, nur so konnte er die Fotografie in der dargestellten Weise verwenden. Interessanterweise haben die Aufnahmen aus Lemberg anders als viele andere Bilder kaum einmal Resonanz in der bildenden Kunst gefunden. Sieht man einmal von einer Bildserie des amerikanischen Malers Paul Tsetzky ab, der sich selbst ukrainischen Wurzeln entstammt, in diesen Gemälden mit dem Lemberger Pogrom auseinandersetzte und dabei auch das Bild der halb bekleideten völlig panisch flehenden Frau und den sie jagenden Jungen mit der Latte in der Hand hier in einem Ausschnitt fokussierte. Fälschlicherweise datierte er das Pogrom auf das Jahr 1942, aber das sind nur Kleinigkeiten. Wenn Sie die Bilddokumentationen von Kilo Knopp durchgehen, da stimmt praktisch keine Jahreszahl. Da ist nur geschludert worden. Unglaublich, dass das mit unseren Steuengeldern passiert ist. Bedingt durch die Kraft der Bildkomposition fokussierte die weitere Publikationspraxis auf das Bild des Mädchens im Rindstein. Aufgrund seiner kompositorischen Kraft, das Bild nimmt ja, das Mädchen nimmt ja Kontakt mit dem Betrachter auf, erwies sich dieses Bild stärker als ein konkreter historischer Entstehungskontext. Es entfaltete seine Wirkung durch unterschiedliche mediale Bildträger hindurch und animierte damit die Fantasie der Betrachter. Wie andere Ikonen entledigte es sich dabei sukzessive seines Kontext, wodurch es frei für unterschiedliche Verwendungen wurde. In einem Bericht des Spiegels etwa über Adenauers vertriebenen Minister Theodor Oberländer, 1941 politischer Berater des in Lemberg eingesetzten Bataillons Nachtigall etwa diente es als reiner Eyecatcher ohne weitere Erläuterung. Die Bildlegende lautete knapp und kurz Pogrom in Lemberg mitmachen beim Massaker. Wie sehr es modernen Bildmedien oft gar nicht um historische Aufklärung sondern um visuelle Überrumpelung zum Zwecke der Auflagen beziehungsweise Quotensteigerung geht und Bildlegenden dabei mitunter nicht immer mitunter frei erfunden werden, demonstrierte das Publikationsverhalten des amerikanischen Time-Verlages. 1989 nutzte dieser das Foto des flehenden Mädchens in dem Time-Life-Buch History of the Second World War Seite 141 als Intro zu dem Kapitel Gewalt und Terror im Zweiten Weltkrieg. Die Bildunterschrift lautete, können Sie jetzt nicht lesen, »A rap-victim in the city of love cries out in rage and anguish as an older woman comforts her. Antisemitic citizens rounded up thousand Jews and turned them over of the Germans.« Obwohl es keinen Hinweis darauf gab, dass das Mädchen vergewaltigt worden war, hielt der Verlag auch ein Jahr später an dieser Vermutung fest. In dem Buch »World War II« fungierte das Bild nun als visuelle Aufmacher des Kapitels über den deutschen Überfall auf die Sowjetunion mit dem Titel »1941 Rape of Russia«. In der sexualisierten Sprache der Redakteure wurde die vermeintliche Vergewaltigung nun als Vergewaltigung einer ganzen Nation aufgebläht, für die das Foto als optischer Beleg diente. Den Höhepunkt erlebte die Funktionalisierung des Fotos im Time Magazine vom 22. Februar 1993, wo es als Illustration zu einem Artikel über Massenvergewaltigung im Bosnienkrieg publiziert wurde. So weit geht das. Also trauen Sie auch den Bildlegenden in den Zeitschriften nicht. Die Bildlegende lautete nun »Alle historischen Fakten negieren Traditions of Atrocity a Jewish Girl Rape by Ukraine in Love Poland« 1945. Stimmt ja nun gar nichts mehr daran. Dass die Bildlegende eine heftige Leserbriefdiskussion unter anderem von Lesern mit ukrainischem Migrationshintergrund entfachte, die zu Recht darauf hinwiesen, dass die Bildunterschrift gleich mehrfach falsch sei, Lemberg 1945 nicht mehr Polen, sondern zur Sowjetunion gehörte, das Bild mit dem Jahr 1945 gar nichts zu tun hatte und es zudem keine Hinweise auf die Vergewaltigung des Mädchens gäbe, sei nur am Rande erwähnt. Einmal in die Welt gesetzt war die Vermutung, bei dem Mädchen handele es sich um ein Vergewaltigungsopfer nicht mehr zu stoppen. So illustrierte das mehrsprachige Internetmedium Polska-Web 2009 ein Artikel zur Roten Armee als Heer von Vergewaltigern mit dem stark beschnittenen und ohne jeden Herkunftsnachweis versehenen Foto des Mädchens im Rindstein. Das Mädchen war nun Opfer einer Vergewaltigung durch Soldaten der Roten Armee geworden. Den vermutlich nur vorläufig letzten Endpunkt brachte die englischsprachige Website World War II in Color. Dort hieß es Brave French. Französische Patrioten haben ein junges Mädchen vergewaltigt. Damit teilt auch das Foto des unbekannten Mädchens aus Lemberg das Schicksal anderer Medienikonen des 20. Jahrhunderts. Entkontextualisiert ist es multifunktionell interpretierbar und verwendbar. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.